Moin Moin, der Kuso Oskar hier. Es wird zu der ganzen Thematik nochmal ein separates Video geben, wo ich auf Einzelheiten eingehe, aber es geht hauptsächlich um den Fox, der ja immer als OP beschrieben wird. Und das ist er einfach nicht, weil er bestraft lediglich das, was halt schon immer da war, Blindheit, Taubheit, Fernflankenschutz und individuelle Fehler der einzelnen Spieler. Den einzigen Vorteil, den er halt wirklich hat, dass er eine Bewaffnung hat, mit der er was anrichten kann und dass er auch mal ganz schnell und zügig irgendwo durchflutschen kann und dann dementsprechend im Hinterland einfach nur Verwirrung stiften kann. Ein geübter Spieler kann lediglich halt Fehler wirklich extrem bestrafen, da ist es aber letztendlich auch egal, in welchem Fahrzeug er sitzt. Aber OP ist diese Bude hier definitiv nicht. Jetzt nicht mehr. Was dann? War ich das jetzt? Ja, ne. Achso. Ne, ne, ich wurde gerade von einem Ferdinand gekillt, obwohl ich sechs Schüsse auf sein Rohr gegeben habe. Wie der Mann ich kaputt gehen wollte. Ich fühle mich gerade ein bisschen schmutzig. Da ist ein Tiger rum bei uns hinten, Spawn. Ich will ne. Oh, Initiativ mit zwei Toren, äh, zwei der Crewmen, dann war er es eingetreten. Jetzt fängt der Spawn an. Hier kommt der Belästigung, ist er wüben. Ah, scheiße. Ah, da war ich jetzt zu cocky. Da stand rein. Da war ich jetzt. 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 Vielen Dank.